Hallo und jetzt willkommen zurück bei der Muttibeeren, meine Leute, jetzt wieder gegen einen Doppeltrug mit dem Rob und den Muttibeeren. Genau, auf der Schmackgrün-Stadt-L.E. Genau, und der Rob hat wieder sein Mikrofon-Problem. Ist knistert? Knistert. Oh mein Gott. Knister, knister, knäuschen. Besser? Ja. Sehr gut, liegt immer nur am Kabel. Ja, das ist bei mir aber auch mittlerweile so, das Mikrofon-Kabel da irgendwie. Wir spielen gegen Doppeltrug. Das war auch jetzt nicht so ein teures Mikro, das kam nur so 80, 90 Euro. Ja, das ist okay. Im Moment hat man erst mal nichts bezahlt, nicht ein bisschen mehr bezahlt. Ja, ich habe Instagram 120 mit der Stange, mit den Pop-Schutz. Ja, 140 Euro hochwertig bezahlt, auch mit Stange und Pop-Schutz. Pah, super. Ob man den Pop-Schutz jetzt braucht, keine Ahnung, ob man das so wirklich mitbekommt. Und nicht. Scheiße. Ich glaube, das ist schon verkackt. Sehr gut, GG. Doppeltrug, das heißt Doubling-Action. Oh, die Echse geblockt. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich muss dann aber zwei Stellen dicht machen, ne? Uuuuuhh. Ja, ich weiß. Ich wollte nur sagen. Das ist ziemlich spät, Exe. Ich brauche mehr Mineralien. Ich brauche mehr Mineralien. Ich brauche mehr Mineralien. Die haben mich gerade erst angeschmissen. Ach, ich muss die Farben wieder umändern. Das nervt mich einfach. Andere hat... Pool dreiviertel fertig. Fast fertig, ja. Aber noch kein Gas. Also kommen später die Speedlinge. So, eins kann ich... Andichten. Dichte mal an. Also nicht ganz dicht, sondern angedichtet. Und die andere Seite? Ja, die ignore ich komplett. Okay, gut. Vielleicht kriegen sie ja nicht mit, dass sie da rein können. Kann ja mal sein, ne? Vielleicht. Komm nicht rein, es ist zu. Keine Worker an der Echse. Schlecht. Das Ding ist wrong. Da vorne kommt ein Overlord. Da scoutet rein. Ich sehe es. Da müssten aber eigentlich Worker kommen. Mit flingern. Ne, Worker. Wenn jetzt die Overlords rein scoutet, warum sollten die rein scouten? Na. Wir brauchen mehr Overlords. Jetzt kommen Worker an die Echse. Das ist gut. So, ich gehe mal vor, Scourten. Na, wenn wir gerne an die Echse kommen, dann ist es okay. Wo ist er abgeschossen? Ich habe es schon in den ersten anscheinend. Gut. Aber, die Roboter eben kommt weg, dann kommt es bestimmt. Schaff mich nicht. Und 95, 86, 77. Linge? Viele? Sechs Stück. Mit unseren Verbündeten genügen sich Energie. Ist noch ok, 6 Stück. Ah, ich habe den Leider verloren. Ich weiß nicht, ob ich ihn bekommen habe. Ich habe nicht weiter geguckt. Hat der einen Two-Base-Push? Ja, können wir machen. Wollen wir mit dem Mutten kommen? Was, der kommt mit dem Mutten? Weiß ich doch nicht. Das war jetzt nur so ein Spruch. Geht der Angst, ey. Hast du immer Angst? Hast du schon Grundangst? Wollen wir jetzt mal reinscouten. Ja, Mutten. Komm Mutten, ja. So weiß ich was jetzt bauen. 5000 Luftabdat-Dürmchen. Ich brauche kein Abdat-Dürmchen, ich brauche. Gehen sie? Oh, schon. Nee. Mehr Mineralien. Also den Phoenix. Phoenix. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich brauche nur Boos noch. Ich brauche nur Boos noch. Oh, ne. Ohne Hydrath kann ich noch nicht halten. Jetzt kann ich Hydrath bauen. Oh, noch eine Echse. Ohne mehr Urlobs. ich brauche mehr mit der Reihe und noch mehr Upgrades warum hat der die Exe nicht gebaut? weil ich nicht durchkomme du blockst dann nimm du die, ich nehm die Gold ok weil eigentlich hätte meine Exe schon stehen müssen sorry ich rück jetzt vor das hast du auch nicht gemacht, sei ruhig du stellst auch davor immer dieses Besserwisse mutters viele? ja ein paar ich sterbe meine Exe ich rufe meine Exe selten ein paar, die gehe ich tot ja die gehe ich tot wenn die hier bleiben die sterben, zack 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 aber die gescoutet haben sie schön gescoutet wir brauchen mehr ja sind sie gescoutet groß ich könnte eigentlich ein Go machen hast du du Phoenix nicht? meidos wo? weiß ich nicht sehe ich nicht hier hier schwarm würde, wir müssen den Go machen wir müssen Wir brauchen wir brauchen mehr уска wir brauchen mehr Wasser losse das haben wir im phoenix sind sehr stark gegen schaumwörter die kippeln die dinge schon aus der luft raus da stehen korrupteure eingegraben ne das sind diese zurück 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 ja das sind die viele kommen wir brauchen wir fighten hat die korrupteure kaputt genau wohl du die schwarm oder wenn du kannst und hoch 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 da will nämlich dings bauen auch noch mehr sparen und mal truppen bauen ausgehend truppen bauen vorbei das spiel man easy peasy die waren leicht die waren schön genau also dann sehen wir uns in der nächsten folge nach dem abo tschüss 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 bis zum nächsten mal Vielen Dank.